Musik Oberhalb des schmucken Fachwerk Blumen- und Weindorfes Sassbach-Walden thront in über 500 Meter Höhe im Spinnerhof unsere private Friedenskapelle St. Katharina. Mit herrlichem Blick über das Ortenau-Paradies, das Rheintal bis hinüber nach Straßburg und den Vogesen. Durch den Bau dieser Kapelle 2012 konnte die Familie vom Spinnerhof endlich die tragische Geschichte der Großmutter Katharina, die in Auschwitz ums Leben kam, verarbeiten und heilen. Die Friedenskapelle ist eine ganz besondere Kapelle für Vergebung und Versöhnung von Opfer und Täter und ist ein Ort der Besinnung und des Friedens. Sie ist offen für alle Menschen aller Religionen, eine Kapelle der Neuzeit. Sie ist inzwischen sehr beliebt für Hochzeiten, Taufen, Jubiläen und es finden in der Friedenskapelle Andachten, Meditationen und Konzerte statt. Nach der kirchlichen Feier erreichen Sie in 5G-Minuten die gemütlichen und stilvollen Stuben des Restaurants Teufelsküch mit Brigittenstube, wo mit Engagement und Freude das motivierte Spinnerhof-Team all ihre Wünsche zu einem Traumerlebnis werden lassen. In luftiger Höhe, frischer Schwarzwaldluft und ruhiger Lage bietet sich das Hotel mit liebevoll im Schwarzwaldstil ausgestatteten Zimmern für ihre Übernachtung und ihren Urlaubsaufenthalt an. Für frisch vermählte Paare steht das Hochzeitszimmer mit Himmelbett bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 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 Wir freuen uns auf Ihren Besuch.